Ja hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Uncharted 2, 3, 3, Entschuldigung. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Anstatt! Schön für dich! Was? Aua! Ey, was? Kann man heute mich verarschen alle? Oh! Ich hab' die gar nicht erst da hochkommen lassen. Alter, der schießt einmal und ich bin tot. Ich schieß fünfmal auf den und es passiert gar nichts. Wie dumm ist denn das? Könnt ihr mal aufhören, auf mich zu schießen, wenn ich fighte? Das ist echt unfair. Ah, geht's wieder tot. Das ist so dumm. Ich muss diesen großen fetten ausscheiden. Ey, ich schieße dreimal auf den! Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho alles grau ist ich wieder alles grau scheiß sniper schon wenn da noch irgendwo einer rum Ach, zwei von denen! Zwei! Es regt mich immer wieder so auf, diese Steuerung. Das regt mich so massiv auf, das glaubt ihr gar nicht. Na. 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 Oh, super. Okay. Upsala, upsala, upsala. Okay. Upsala. Upsala. Da war noch nicht tot. Oh, wo sind die zwei fetten? Was seid ihr? Ups. Da oben einer. Warum sie sich keine größere Waffe besorgt, weil stehe ich auch nicht. Wo sind die denn? Doch da oben. Ja. 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 Da war's da auch. Ah! Ah! Er spielt auch nicht da hoch. Ich krieg's kotzen. Ich krieg das kotzen manchmal. Mit ihm. Nein. Jetzt macht das. Nein, nein, nein. Ich krieg's. Und das kotzen mit dieser Steuer rum. Mann. Warum ist dieses schönes Spiel so scheiße... Lässt sich das so scheiße steuern. Warum? Warum haben die das gemacht? Genau das, was ich brauche. Ich hab's nicht getroffen. Und das ist natürlich realistisch, ja klar. Aber... Jetzt haben wir den da oben. Und da ist einer. Und da oben ist schon wieder einer. Ich glaub es nicht. Wo ist der denn noch da? Komm raus. Hey, ich hab dich mal nicht schrotzt. Ich hab dich doch mit... Ah, Granade. Ich halt... Also diese Arenakämpfe... Ah, ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Die Pest. Was macht sie eigentlich? Ja. Und schon kannst du nicht mehr zielen. Ach, Mann. Ach, jetzt hat sie was gemacht. So, jetzt mal wieder ein bisschen Ordnung hier reinbringen. Wieso ist denn schon wieder da oben einer? Ich... Nein. Nein, 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 nein. Ah. Nein. 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 Nein, bitte nicht. Bitte nicht, lieber Gott. Bitte lieber nicht. Nein. Da sind zwei. Ich glaub's nicht. Und hinter mir ist auch noch einer. Ah. Nein. Ah. Das kann's doch nicht sein. Ah. Ja, meine Katze guckt mich auch grad total verstört an. Ey, ich hab echt schon wieder keine Lust. Panning, du schaltest einen Sniper aus. Und zwei Sekunden später ist da oben schon wieder der nächste Sniper. Warum? Komm. Ausweichen. Und nochmal. Ausweichen. Was ist das? Mach's bitte. Mach's! 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 Und der ist auch ganz schön. Nein. Ja, super. Na gut. Woher wissen sie, dass ich hier drin bin? Ah, die. Sind... Sie können... Hell ist hier wahrscheinlich. Ja, ich muss hier weg. Geht doch mal weg hier! Schmeiß gleich den Controller an die Wand. Das klappt ja gar nicht. Entschuldigung, das so ausrastet mal wieder. Aber das nervt mich so dermaßen. Es nervt mich so abgrundtief, dass du... Und da schießt doch schon wieder einen auf mich. Vom Dach. Ich hab das doch da gerade bereinigt. Und das... Was macht sie eigentlich? Das Spiel ist so verpackt, ey. Nicht verpackt, aber... Na, geh hängt doch nicht da ran. Na, ich schieße einfach in die Wand. So dieser Scheiß-Neiber. Oh, ja. Aha. Hat's natürlich nicht über... Hat's natürlich überlebt. Ist klar. Das sind doch schon wieder diese fetten... Da sind doch schon wieder... Und oben ist schon wieder ein Sniper und der Granatwerfer. Natürlich. Und ich kann die aus dieser Deckung heraus nicht erschießen. Vorsicht! Einfach mal eine Granate vor ihn geworfen und es passiert gar nichts. Nein, 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 nein. Komm, geh in Deckung. Geh in Deckung. Nein, geh in Deckung. Bleib doch mal einfach in Deckung. Oder drunter, schnell! Nein, Tüte! Ach, wie dumm ist das denn, dass der die... Geh doch mal in Deckung. Dieses scheiß Deckungssystem macht mich so fertig. Das glaubt ihr gar nicht. Das glaubt ihr gar nicht. Okay, folge mir. Oh, ich glaube es nicht. 30. Eliminierung. Warum kann ich denn nicht aufnehmen? Nein, keine Granate werfen. Fuck. Jetzt geht's. Nein, auch nicht. Na, super. Ah. Tut mir leid, dass ich dann immer so ausraste. Aber das Spiel macht mich im Moment echt fertig. Ich bin so zwiegespalten. Vor allem diese Arena-Kämpfe. Das hattest du beim zweiten Teil nicht. Also nicht so schlimm. Das war jetzt in den letzten zehn Folgen. Fünf, sechs Arena-Kämpfe. Entschuldigung, schluck auf. Und das wird noch weiter gehen. Ich glaube nicht, dass das der letzte war. Weil es einfach... Damit lässt sich einfach, ähm... Spielzeit, ähm... füllen. Weil du es eben nicht schaffst. Beim ersten Mal. Wo müssen wir so hin? Da hängt das alleine, oder? Nee. Wo müssen wir denn hin? Doch, da hin. Hä? Hä? Wir sind fast da. Es ist hinter dem Dach. Achso, hinter dem Dach. Wir haben es geschafft. Ei, ei, ei. Oh, großes Ding. Ach, Mann. Na los. Okay. Sieht aus, als hätten wir es gleich. Ja. Ich werde... Ich klettere hoch und helfe dir dann rüber. Okay. Halt mir den Rücken frei. Mach ich. Ach, Mann. Das regt mich so auf. Das Spiel ist... Ich bin... Ich bin... Ich bin bei noch keinem Spiel so zielgespalten. Wirklich. Hey, was zum... Was machst du? Helena, hör zu. Oh, verdammt. Ich hätte mir denken können, dass du was vorhast. Nein! Bitte. Seien wir ehrlich. Die Chancen stehen... Eins zu einer Million. Ich hab dich schon mal fast verloren. Du wirst mich nicht verlieren. Ich packe das nicht nochmal. Schnapp dir den Wagen da drüben und verschwinde von hier, okay? Na, mach schon. Hm. Du hast nicht viel Zeit. Je. Das ist so süß. Oh, das war klar. Nein, 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 nein. Wow. Na. Okay, hoch da. Ich weiß, wann ich auch nicht hier rei lang renne, aber... Entschuldig! Wir haben dich schon im Kera. Entschuldig! Dort, 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 dort. Da, die Backe! super so wie leute ich habe keine zeit zu erreichen jetzt her danke dir es ist wieder so leise es ist schon wieder so die musik ist schon wieder so laut man entschuldigung ich habe das doch erst runter gestellt jetzt 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 und jetzt und jetzt das 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 ist Untertitelung des ZDF, 2020